25 rote Blumen habe ich bisher. Das dürfte erstmal reichen. Ich mache einen Stack voll, wenn schon, denn schon. Ich dürfte reichen, um dein Haus rots zu malen. Nee, aber nicht. Mach mal die Tür zu. Ich habe genug Schleim, dass ich mir einen Schleimboden machen kann. Das wäre sogar witzig, da kannst du nämlich dann schön drauf rumbouncen. Aber jetzt nicht hier in die Hütte, sondern in die richtige Hütte, die ich dann... Nachher. Was brauche ich jetzt noch? Jetzt habe ich Schleim. Hier die Leine. Schleim und Faden. Oha. Und ich habe noch einen Follower auf Twitch. Sei gegrüßt. Ja, schluss, ja. Odinbeast HD. Willkommen in der Ignorant Community. Und hallo. Wir spielen gerade Minecraft. Habt ihr überhaupt irgendwas geschrieben vorher? Der hat geschrieben, mach dich mal lauter. Okay. Dann mach dich mal lauter. Bin ich zu leiser? Bin ich die ganze Zeit zu leiser? Ich mach mal eben deinen Chat auch auf... Ich wüsste gerade nicht wie, aber okay. Ich muss noch eine Spinne töten. Ich hoffe, ich komme bald mal irgendwo in der Region vorbei, wo es mir irgendwas bekannt vorkommt. Wieso bin ich zu leiser? Ist mir das falsch liegen da oben? Was ist... Ich bin so ein Technik-Num, dass ich das nicht weiß, wie das geht. Das tue ich nicht lauter machen kannst, oder was? Nein. Jugend heutzutage. Kriegt nicht mal Lautstärke hin. Bist Sau, da ist es, sagt der Zuschauer hier. Okay, das ist... Okay. Die ganze Zeit schon wahrscheinlich, oder ist es okay? Ja, vermutlich. Du hast halt vor allem jemanden, der zusieht. Das ist schlecht. Ich höre mal gerade selbst dran. Ja, alles laut. Das ist also, das ist... Ich bin laut. Das Spiel ist laut. Ich hoffe es laut. Es müsste es gehen. Aber ich war wirklich zu leiser. Der Zuschauer hatte recht. Keine Ahnung, woher das kam. Aber ja, wahrscheinlich war ich bisher die ganze Zeit wirklich... Das ist halt... Das war Windows, das Ding war gemutet. Mein Mikro hat war offen. Im Zweifel war es immer Windows. Windows war schuld. Windows war schuld. So, zurück zum Spiel. Gleiches ist der welcherweise in Reichweite von Betten, weil ich bin jetzt auch wieder in Reichweite von einem Bett. Ich schlafe schon. Moment, ich muss erstmal einen Aufgang hier wiederfinden. Ich glaube an dich. Ich schlafe schon. Ich auch. Seng-Fürst-LP hat den Fortschritt-Ace-Badget-Challenge erzielt. Auch schön. So, ich muss... Ich wollte jetzt noch Faden finden. Wo finde ich eine Spinne? Hat hier mal eine Spinne für mich? So, dann kann ich jetzt mal mit meinem Haus anfangen. Ich auch. Gut, dass ein Zuschauer mal gekommen ist und das gesehen hat. Falls der jetzt noch mit zuguckt, jetzt müsste es gehen. Das ist... Ich habe eigentlich... Jetzt müsste... Falls gerade jemand zuschaut im Stream-Chat, könnte es mir mal sagen, ob es geht. Ich müsste jetzt lauts zu hören sein. Genauso Leute wie Prof und so. Es müsste eigentlich ideal sein jetzt. Noch ein bisschen Sand. Das Problem wurde bei oben. Microsoft ist schuld. Was habe ich denn für Setzlinge dabei? Scheiße, ich habe einen Dien. Oh. Eine mit Kostin-Musik. Ähm. Spinner wollte ich suchen. Ich höre gerade bei mir einfach nur weiter im Hintergrund, Hurley. Ich finde die Band immer noch witzig, weil alle Mitglieder der Band miteinander verwandt sind. Aber Hurley kann ich wahrscheinlich nicht im Stream hören. Wahrscheinlich nicht, ne. Oh, das ist tatsächlich so ein 4. Oh, hier ist ein Freibad. Ich habe ein Freibad entdeckt. Klappt, 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 klappt der Klappautermann. Okay. Ja, ja. Spinner. So, wo findet man am besten Spinnen? Der Hündel dort drüben, oder? Äh. Äh. Das ist ein groben Aufbau dieses. Hat jemand vielleicht, hat vielleicht jemand ein Seil mit dabei? Ich hätte einen Faden. Ich brauche mehrere Faden. Ich brauche hier, ich habe hier die Anleitung. Eins, zwei, drei, vier Faden brauche ich. Und einen Schleimball. So, ein Faden hätte ich da. Das wäre doch schon mal ein Anfang. Moment, hier. Ansonsten, ich, oh, ich höre eine Spinner. Ich wollte mir Scheren holen. Das ist mein erster Faden, den ich kriege. Ich habe eine Spinne gehört, aber wo ist sie? Hier ist doch duster, hier muss doch irgendwo eine Spinne sein. Hier ist ein Creeper. Sehr schön. Weiße. Tut er auch nicht so schön. Ja, hier ist ein Creeper. Creeper. Bleib da. Das ist ein Creeper. Du kannst ja einen Mordi nachahmen. Ich habe den Creeper nicht gesehen. Ich wollte gerade die Koordinaten checken, wo wir überhaupt sind. Böser Creeper. So war jetzt hier der Spinner. Ich höre sie doch die ganze Zeit. 250, 150 irgendwo. Ich werde es schon wieder finden. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Oder auch nicht. Mr. Spinne. Mr. Spinne. So, ich hole jetzt erstmal Zuckerrohr. Wieso höre ich die ganze Zeit einen Spinner, aber da ist keiner. Das macht mich wild. Hier ist in der Höhle unter dir wahrscheinlich. Das ist ja sehr gut. Jetzt will ich auch noch Wasser. Hier irgendwo musst du sein. Oh, ich habe mir Gras mitgeblumen. Oh, blaue Blumen. Das ist nur Zombies. Mr. Zwerge, ich habe die rote Blumen in eine deiner Kisten geschmissen. Sehr schön. Ich kämpfe hier gerade mit Zombies. Hätte rosa Blumen, oder? Nein, die sind auch blau. Habt ihr vielleicht eine Spinne für mich? Oh, läuft. Bei mir im Text sind die Schweine Gold. Bad. Ja, ich habe Gold und Schweine. Ist ja langweilig, solange sie nicht auch Gold droppen. Es wird gerade wieder windiger bei mir draußen. Oh, über mir. So. Der hat glaube ich nichts gespawnt für die Spinne. Das ist ja sehr gut. Das brauche ich nicht. Die Urid brauche ich nicht. Treppen brauche ich nicht. Die Spinne hat nichts gespawnt. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Müll, Müll. Schön. Müll. Stecker behalte ich. Müll, Müll. Angebrochene Schaufel brauche ich nicht. Das kommt in die Hand. Und ich habe ein leeres Inventar. Perfekt. Was mich immer noch beschäftigt, ist, war ich wirklich ein ganzes Team jetzt bisher zu leise? Ja. Das ist ja wirklich. Wahrscheinlich schon. Dann kann ich wahrscheinlich die ersten Parts wegschmeißen. Kannst du einfach noch vorstellen. Nee, geht halt nicht, weil es alles auf einer Spur ist. Hast du keine Aufnahme nebenbei laufen, oder was? Ja, auf der Aufnahme ist doch auch alles auf einer Spur. Oh, was ist das für Aufnahme, aber alles auf einer Spur? Kann man das nicht eigentlich einstellen, dass das in mehreren Spuren speichert? Natürlich, das habe ich immer. Stream ist auf einer Spur. Ich habe keine Ahnung wie. Ich bin Technik Noob, wie man das ist. Ich bin mehr Technik Noob als meine Mutter. Noob, noob, noob. Das ist noch besser als einer meiner Freunde. Den musste ich damals mit 19, war er. Da musste ich ihm erklären, wie man Daten auf einen USB-Stick zieht. Ja gut, das ist schlimm. Das ist, das ist... Okay. Also die Grundlagen kenne ich ja, aber das ist ja wirklich, das ist dann... Du weißt, wo der Anschalter ist. Und ich glaube, dann hört es auch auf bei dir, oder? Irgendwie habe ich den PC-Streaming fähig geworden gekriegt. Also so ein bisschen... Ja, ich erinnere mich daran. Irgendwie ist es ja, also es ist ja... Ich finde es bis heute ein Wunder, aber... Irgendwie ist ja irgendwie... Ich habe es ja geschafft, damit aufzunehmen und... So schon einiges Teams damit zu machen, also so... Und das Mikro habe ich auch installiert bekommen, mit viel Hilfe von Prof, aber... Ich habe sie bekommen... Na toll, jetzt habe ich eine Spinne getötet, aber die Spinne hat nichts getroppt. Ich habe es mal 50 Spinnentropfen... Prof, bei mir... Kannst du das doch bestimmt als... Als Ohrner... Ich habe Wolle... Das ist ja bestimmt eine Spinne-Armee hinter mir... Entschuldigen lassen... Ja, mach mal so... 500... 500... Prof? Hm? Er ist gerade dabei... Er ist beschäftigt... Er ist beschäftigt... Aber es funktioniert nicht wie... Er ist beschäftigt... Schade... Dafür bräuchte ich noch ein anderes Plugin... Und ich habe dem Server gar keine gegeben bisher... Schade... Tja... Sonst könnte ich den Befehl einfach als Zwergi ausführen... Und sie direkt auf ihn sammeln... Das ist keine Spinnen spawnen... Also ich kann Spinnen spawnen... Aber bei mir... Dann mach mal... Drei, vier Stück... Dann komme ich zu dir und hole mir ein paar Spinnen... Ich... Spawn sie einfach in deinem Haus... Dann ist das Problem gelöst... Oh, von mir aus... Oder so... Vielleicht nicht gerade hunderte... Sollte ich gerade machen... Dann halt 99... Scheiße... Ich habe gerade vergessen... Was ich machen wollte... Achja... Ich wollte ein Boot bauen... Aufpassen... Nix für Spinnen... Mit Arachnopphobie... Spinne wurde erzeugt... Nein... Das war aggressive Spinnen... Natürlich... Das ist Minecraft Spinnen... Ich bin gleich tot... Du wolltest spinnen... Wie viele sind es geworden? Ich habe nur... Insgesamt glaube ich... Fünf gespawnt... Weil er mich nicht eine Zahl eingeben lassen hat... Oh... Faden... Sehr schön... Ich glaube ich hole mir mal eben... Äh... Schwarzen Farbstoff... Hier ist noch welcher... Ahem... Mein Haus ist besetzt von Spinnen... Okay... Mein Schwert ist zerbrochen... Da ist er... Oh... Die sehen mir ängstigend aus... Mit dem... Ähm... Alle an der Decke... Das ist ja sehr schön... Kommst du rein ins Haus... Zack... Überraschung... Da waren gerade so... Fünf Spinnen an der Decke... Ja... Das ist was Spinnen so... Tun... Auch im echten Leben... In real life nach oben guck... Leider... Ich mag Spinnen... Von daher... Jetzt guckst du in echt nach oben... Und da hängen wirklich... Fünf große Spinnen an... Lecker... Worauf hat bei mir im echten Leben... Spinnen gespawnt... So... Jetzt müsste ich doch fahren haben, oder? Tintenbeutel... Was macht man mit einem Tintenbeutel? Schwarzen Farbstoff... Oder Tinte... Und ein Spinnenauge... Drei Spinnenaugen habe ich... Wie bist du da unten in der Höhle an Tintenbeutel gekommen? Ne... Ich habe doch... Ich bin doch vorhin hier... Magma Block und so weiter abbauen gewesen... Achso... So... Das große Ziel dieses Streams... Jetzt kenne ich endlich... Ehrlich gesagt... Keine Ahnung mehr... Was ich überhaupt wollte... Ich glaube ich habe mich verirrt... Ich höre ein Zombie... Ich höre ein Zombie... So... Und Leine... Jetzt muss ich mal in die Kisten neu einsortieren... Diorid... Ah... Ich sehe unser Berg... Oh Gott... Oh... Ich habe einen Goldbaum... Und einen Goldblock... Ja... Und ich habe sehr viele Spinnen und Zombies hinter mir... Okay... Steinaxt... Esenspitze... Das tue ich alles erst mal hier rein... Oh... Skelette... Hilfe... Ich habe eine Feuerkugel... Falls das man irgendjemand braucht für irgendwas... Ich habe ein Feuerzeug... Das reicht... Was ist der Unterschied zur Feuerkugel? Es gibt keinen... Sieht nur cooler aus... Ja... Okay... Okay... Set an der Nähe von Betten... Können wir schlafen gehen... Ich renne gerade... Zu einem... Ich habe glaube ich genug Wolle... Äh... Ein Bett mitzunehmen... Ich gehe dann schon mal schlafen... Ah... Der Textlock... Der ist auch super... Ikirikus Spinne wurde erzeugt... 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 Sein Frist AP wurde von Spinne erschlagen... Mhm... Und Monty hat sich von... Ein Zombie... Von einem Skelett... Und von einem Küker... In die Luft springen lassen... Ja... Ich höre schon... So ist das Leben... Oder eher gesagt... Ein Tod... Oh stimmt... Da war was... So schlafen gehen... Wir liegen schon... Ich hüpfe rüber... Alle warten auf dich... Yay... Ich werde jetzt erstmal meine Axt wegwerfen... So jetzt habe ich zwei... Zwei Leinen... Und ich guck mal in der anderen Richtung... Ob da irgendwas... Kann ich auch dich an die Leine nehmen... Ich glaub Spieler gehen nicht... Spieler kannst nur angeln... Kann man ein Zombie an die Leine... Ein brennendes Zombie an die Leine nehmen... Kann man ein Zombie an... Kann man ein Zombie an... Kann man ein Zombie an den Eingang rein... Binden... Festbinden... Ich gehe da einfach mal auf Erkundungstour... Und guck was es so Neues gibt... Und ich hole mir einen Lama... Muss man das erst zähmen... Oder kann man das einfach mit der Leine hinter sich jetzt... Ich glaub die kannst du gar nicht zähmen... Doch... Glaube ich schon... Aber ich bin mir nicht mehr sicher... Ich weiß aber auch nicht wie... Also wirklich das anspucken... Während ich es mit der Leine wegziehe... Ich weiß es nicht... Hab mit den Lamas bisher noch nicht wirklich was gemacht... Wir werden das herausfinden... Den kann man auch nicht wirklich viel machen... Yay... Ich bin vergiftet... Warte... Nöcht das Lama? Ich hab grad ein bisschen Dönerfleisch gegessen... Ah... Ein Lama... Ich hab ein Lama... Kommst du mit? Kommt Lama... Ich hab ein braunes Lama... Kann ich das jetzt einfach an der Tür festbinden... Oder? Oh... Du musst da noch irgendwas zu craften... Oder ist da irgendwie... Du kannst dann Zäunen festmachen... Ah ok... Ich hab aber noch keinen Zaun... Zaun kannst du super easy machen... Ok... Ich geh einfach mal irgendwo hin aufs Meer... Viel Spaß... Hm... Ich bruchte euch noch einen Name-Check... Vielleicht einlicher Schwarzzeichen... Hehehehe... Es wird dir nicht schwer fallen... Das kann sein, dass ich in die komplett andere Richtung fahre... Zaun... Zaun... Ich seh hier nämlich echt... Können wir das auch an Fackeln? Können wir das auch an Fackeln festmachen? Nein... Nein... Nur an Zäunen... Ich... Hab ich hier oben einen Zaun? Ich weiß gar nicht... Ich glaub ich hab oben keinen Zaun... Oder sonst... Zaun... 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 Ich hab hier Gitter... Also ich seh hier weit und breit gar nichts... Oh doch hier ist ein... Ich hab eigentlich ein Zaun-Tor... Ich hab... Ich hab ein Zaun-Tor... Bringt das auch was? Versuch's mal... Oh... Interessant... Ich glaub ich hab Klippen... Ja wie? Wie mach ich jetzt hier? Das sieht ja richtig cool aus hier... Hör auf zu flüstern... Prof... Nötig nicht... Ich hab einen schwebenden Fels... Brocken entdeckt... Aber wie? Er sieht... Ja... Aber der sieht echt cool aus hier... Kommst du mal mit rein, Dama? Das Dama passt nicht durch die Tür... Natürlich nicht... Habe ich genug Kabel dabei... Echt noch als Zaun... Cool aus... Da wo ich Planken und... Und Holz... Und Holz mangelt's mir natürlich mal wieder... Was auch sonst... Ich hätte Krühe... Schafe... Alles was man so will... Ok... Ich brachte mal Holz... Komm mit Lama... Wir müssen dir heute noch einen Namen geben... Wie nennen wir denn das Lama? Viel Spaß dabei ein Namensschild zu finden... Das kann man doch kräften... Nein... Bestimmt... Nein... Wieso nicht? Ich weiß sogar wie, glaube ich... Und wie? Es geht doch eine Werkmangel... Und wie? Nein... Geht das nicht... Ich muss doch hinten... Wieso nicht? Auf der Switch Version ging das... Auf der Switch Version ging das... Da konnte ich das craften... Ja gut... Nintendo ist immer so... Speziell... So zauern... Wie ging das nochmal? So... Ich hab hier sehr viele Birken gefunden... Und... Ich hab doch jetzt mal einen Lappen... Äh... Was sind das denn hier? So... Ich glaub so ging das... Ich hab Schwarz-Eichen gefunden... Hey! Weeeey... Und zwar wirklich mittendrin... Und ich hab natürlich keine Axt dabei... Vielleicht ein Zaun... Gucken wir doch mal... Wie viele ich da ins Inventar krieg... So... Sehr schön... Es Mist... Es Mist... Und jetzt Leidner... Schwarz-Eichen kann man bei uns nicht pflanzen, oder? So, das Lama ist festgebunden... Das kann man nicht pflanzen... Schwarz-Eichen kann man bei uns nicht pflanzen, oder? Oder? Doch... Und wie kann man das aus dem Lama... Und wie kann man das aus dem Lama... Mitnimmst kannst du sie pflanzen... Was fressen Lama's denn eigentlich? Oh... Was fressen die am... Was fressen die am liebsten? Lama's? Ja... Keine Ahnung... Irgendwas mit... Irgendwas mit Lama... Minecraft... Official Y-Key... Weizen... 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 Okay, da hab ich ja noch was... Cool... Da hab ich ja genug... Oh... Mein Name erspuckt gerade... Ein Zombie an wahrscheinlich... Möglich... Oder es zählt auf dich... Nö... Was spuckst du denn hier? Zeig mir den Hintern... Na toll... Was würde ich denn jetzt craften... Ach... Ich würde mein Bett rot färben... Bis es sich gehört... Hier... Mein rotes Bett viel schöner ist... Farbstoff... Ein Bett... Ach... Es ist nur ein hellblowers Bett... Deshalb geht das nicht... Oder was? Es muss ein weißes Bett sein... Oder? Ey... Du musst die Wolle, glaube ich... Davor färben... Ey... Betten müsste man eigentlich auch färben können... Aber halt nur einmal... Eben ging das... Ja... Stimmt... Ich hab da mal was... Du musst ein neues Bett machen... Hab ich nicht noch Wolle mit? Ich hatte doch Wolle im Inventar... Hab ich sechs Wolle... Das müsste doch klappen... Ich tue durch den Zaun mal... Wie ganz in den Gister... So Wolle... Holz... Weißes Bett... So... Weißes Bett... Roter Farbstoff... Sehr schön rotes Bett... So muss das... Soll ich zwei Betten... Das eine kann ich mir halt... Eine neue... Die neue Putze mitnehmen... Du brauchst ein zweites Haus? Ja... Dieses Dreckshaus hier... Das kann ich doch nicht... Das ist hier... Ein Ablageort... Ich bringe da noch einen großen Palast und so... Ahja... Das wird auch noch viel schöner und so... Oder? Oh doch... Ich hab einen... Ey cool... Heißt damit bin ich versorgt... Wie nennen wir dich denn jetzt? Ich hab grad zwei Zuschauer im Chat... Ja... Einer davon bin ich... Achso... Ich hab den Chat offen... Und der andere bist du... Und der andere bin wahrscheinlich ich... Hast du Vorschläge? Nein... Mit Namen bin ich echt immer richtig scheiße... Oh... Kaktusse... Ich glaub ich hab ne Idee... Ich hab zwar noch kein Name Tag... Das muss man scheinbar... Wie die anderen meinen... Muss man das finden... Ja... Kisten oder Angeln? Angeln muss ich gehen... Okay... Ja... Aber jetzt beim Angeln findet man das... Haben wir sehr gute Chancen... Kannst du... Du hast keine guten Chancen... Absolut nicht... Aber du kannst es finden... Dann geh ich doch erstmal angeln... Ich nehm jetzt erstmal hier die Kakteen mit... Ich weiß nicht ganz wofür... Aber es ist gut welche Zahl... Angel... Okay... Zwei Faden und Stecker... Oh... Und sonst soll ich mich vielleicht mitnehmen... So... So... Und Faden... Faden hab ich noch hier... Ich hab noch eine Schaffel noch her... Gerade so noch... Drei Fäden... Rechnen auf den Angel... Okay... Wie war das Angel... Zwei Faden... Zwei Faden... Zwei Faden... Sehr schön... Es kann ja nicht schaden... Ein rohes Kaninchen zu essen... Oder? Wo seid ihr? Ich bin... Ich bin in meinem Haus... Ich bin irgendwo... Nähe einer Wüste... Ohne Bett... Okay... Ich hab gerade Kühe geschlachtet... Jetzt wirst du gerade nichts angeln... Mhm... Cool... Ich hab grad Fackeln aus Versehen gesetzt... Ich öffne deine Kiste... Ähm... Oh cool... Ich hab meine Wolle weggeschmissen... Prof... Je... Hab dich... Einfach so... Die Schnur ist ziemlich weit... Oh... Jetzt ist sie weg... Okay... Ich hab entweder ein Dorf oder Lava gefunden... Ich öffne mir dann zum... Warum nicht beides? Durchaus möglich... Aber... Noch sieht es mehr nach Lava aus... Allerdings ist meine Weitsicht auch nicht... Die Beste... Und es ist... Loch von Lava... Wuuu... Der Stonecutter... Kommt... Hierhin... Hatte ich eigentlich schon mal angemerkt... Dass ich keine Ahnung mehr hab... Wo ich bin... Ich hab' nen Zombie totgegangen halt... Das klingt... Nach einem Problem... Oh... Der Zombie hat ne... Der Zombie hat ne Kartoffel mit... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n... Ich hab'n Zombie totgegangen halt... Ich such' mir jetzt ein Dorf... Irgendwo... Und ich geh' angeln... Wenn du ein Bett findest... Geh' mal rein... Können wir doch mal schlafen... Ja... Das... Das hab' ich vor... Deshalb such' ich ein Dorf... Warum hast du... Warum hast du kein Bett mit? Ich hab'n Dorf gefunden... Glaub' ich... Warum hast du dein Bett nicht mit? Ich hab's weggeschmissen... Oh... Es hat was angebissen... Ja... Ich hab'n Dorf gefunden... Wuhu... Jo, oder? Nichts sehen... Ich hab'n sehr Rosenblatt... Ja... Leider hab' ich mein... Feuerzeug gerade nicht da... Okay... Dann musst du erstmal mit dem Angeln aufhören... Warum wolltest du das Dorf abfackeln? Immer... Die armen Villager... Man hätte sie doch noch alle versklaven können... Was? Okay... Ich bin da... Und ich schreib' mir mal eben die Koordinaten auf... Wenn wir dann wieder... Aus dem Bett raus sind... Zwergi belästigt mich in meinem Bett... Ich angle nur... Ich angle nur... Auf geht's zu angeln... Auf geht's zu angeln... Das Bett ist belegt... Das Würmchen ist nicht zum Angeln da... Na dann... Es kommt schon... Geht ins Bett... Gute Nacht, Horst... So... Ich geh' schlafen... Du kannst jetzt nicht schlafen... Monster in der Nähe... Ah... Ja... Scheiße... Agnes... Ich muss jetzt mal zum... Ich muss jetzt mal zum... Agnes... Agnes... Okay... Okay, cool... Moment... Lass Horst in Ruhe... Ah... Verdammt... 6... 6... 0... Nein... Zu viele Monster in der Nähe... 1... 1... Untertitelung des ZDF, 2020